Was geht, YouTube? Willkommen bei einer neuen Reaction. Unusual Memes. Los geht das. Oha. Hännis. Was ist mit dem Hund passiert? Ist der in den Ventilator oder was? Wann fliegt der so? Sie hat ihn hinterhergezogen, der Arme. Die Arme. Ah ja. Was ist das gewesen? Ist ja widerlich. Habe ich nicht verstanden. Das ist ein richtig süßer Hund. Diese G-Kräfte sind auch so wild. Huch. War das... Ist die selbst geflogen? Das sieht aus, als wenn die fliegt, oder? Schwierig. Schwierig. Das war über der geile Move. Das wäre mein Untergang. Ich habe so Angst vor Pferden, ne? Ich habe so unfassbare Angst vor Pferden, Alter. Ich weiß nicht, wieso ich Angst habe vor Pferden, aber ich habe Angst vor Pferden. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die Dinger sind einfach gruselig, Mann. Die sind acht Meter groß. Boah. Ein Horror-Game mit Pferden. In Spielen habe ich keine Angst vor Pferden, wenn ich die wirklich vor mir sehe, Mann. Wie sieht es mit Giraffen aus? Giraffen... Die siehst du ja nie. Da habe ich keine Angst vor. Ich kann nicht, wenn du stecken bleibst mit deinem Fuß. Hä? Riecht da einfach auch, ne? Das ist was auch wehtun. Das fliegt doch gleich alles um die Ohren, oder? Ja, das beschreibt mich auch ganz gut. Ich bin auch so ein Grohmotoriker. Wenn irgendwie so Kleinigkeiten sind, ich dreh auch immer ab. Hat er da einen Frosch? Wee! Ja, überall muss gespart werden. Alles teurer. Serious Survival Instinct. Das ist was stimmt. Was ist das stimmt? Äh, Digga! War das ne Zwiebel, Junge? Nutella, Ei, Kaffee? Bah! Ah! Krass! Das ist Skill! Das habe ich schon gesehen, das Video. Der ist gut. Bam! Das war's. Das war's. Ich konnte, dass ich so ein Drill, wenn ich schon did. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der ist schon mal. Die ist an, die ich so ein Drill, wenn ich so. Oh Gott. Aber das kennt man, das kennt man, auch wenn man so übel verschlafen ist, aber so, äh. Ist das eine Säge? Straßenschild. Wow, aber da würde ich so durchdrehen. Und warum? Bruder, das ist so hell, ne? Der zerfetzt sich die Augen so doll. Junge, aber das ist nicht nur die nicht richtig. Was für ein Arsch, Digga. Er hat dir einfach komplett das Leben genommen. Warum? Boah, was hat der denn erwartet? Man, guckt euch mal die Rutsche an, wie die schon aussieht, als er oben ist. Das ist rein physikalisch doch gar nicht möglich. Ich bin auch fett. Ich würde niemals auf so eine kleine Plastikrutsche gehen. Und das Traurige ist, er kommt halt nicht mal ins Wasser. Gute Nacht. Süß. Süß. Aber lustiges Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert für mehr. Peace. Bis zum nächsten Mal. Fr Christian. Schnell. Schnell.